Kennen Sie die Beatles? Ja, ich weiß, wer sie sind. Natürlich, ja. Eleanor Rigby. Wer? Eleanor Rigby. Nein, die kenne ich nicht. Sie kennen doch Yellow Submarine. Gelbes U-Boot? Das ist alber. Das ist wirklich lustig. Sie waren einer meiner schärfsten Kritiker. In der Art, wie Sie leben, üben Sie Kritik. Und mit Ihren Schuhen. Ihnen gefallen meine Schuhe nicht? Sie denken, Sie wissen es besser. Wir sind überhaupt nicht mehr Teil dieser Welt. Wissen Sie, das Schwierigste ist es, zuzuhören. Seine Stimme zu hören. Gottes Stimme. Das bin nicht ich, der zufrieden sein muss. Es sind 1,2 Milliarden Leute. Stille! Sie kennen doch das Sprichwort Gott korrigiert immer einen Papst, indem er der Welt einen anderen Papst präsentiert. Ich möchte meine Korrektur sehen. Ich möchte meine Korrektur sehen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017